Gibt's ja gar nicht. So, Böken. Na, langsam kommen wir wieder hier in den positiven Bereich rein. Unterhalt für Fahrzeuge. 19 Millionen. Eigentlich da fällt er. Das darfst er keinem erzählen. 500 Leute. Auch 500. 600. Bei den Kappel steht keiner, oder? Kaum jemand. Okay, das heißt wohl, dass wir hier tatsächlich wieder was draufknallen müssen. Aaaaaaah. Was hätten wir denn da? Immer euch. Was hätten wir da? Was hätten wir da? Das sind drei. 136. Größer machen funktioniert auch nicht mehr, ne? Dann gucken wir sie mit der Schnauze vorne raus. Das bringt nichts. Das ist blödsinnig. Das ist Unfug. Ich weiß ja nicht mehr. Ähm. Ist die direkt hier schon? Trotz aller Katze. Alles gut. Ich weiß ja, bescheid. Ich weiß ja, die Wiederfinde. 22 34 30 12 genauer der war 20 millionen ja nee es ist ein bisschen schlecht mit 20 millionen noch mal ein paar Ziele zahlen na komm ähm lindchen kappe zack es ist nicht schlecht also die linie wird angenommen das ist schon ganz gut was mit der Soasterlinie ah mehr so semi optimal was sieht denn das aus ähm was wäre das lindchensoast ne da ist er aber die macht trotzdem 12 millionen im Jahr ja das ist äh kann man doch aufräumen würde mir reichen würde ich ein Jahr arbeiten und dann würde ich sagen alles klar leute mein arbeitsplatz ist frei darf jemand anderes wenn es anständig was dann brauchst bei 12 Millionen auch gar nicht mehr arbeiten gehen na was haben wir jetzt ein Problem zug 18 zug 18 ich warum auch für sich verklazen oder was und müssen du ach ja nein das war das falsche depot ääähähähähähähähähähähäh ich krieg hier keine warte die eh hier noch irgendwie es war das falsche depot das war so schön dicht dran guck mal erste runde gleich 79 personen da muss wahrscheinlich noch ein zuch drauf so was ist denn jetzt hier los geht das auch mal langsam an oder wie ist das denn dabei 47 das war jetzt nicht allzu viel da wirken nur vier wenn du ihn zurücknimmst das ist jetzt nicht allzu viel aber hier kommen die leute mit der bahn an das ist in Ordnung ansonsten wird die linie wahrscheinlich im moment tatsache auch noch minus einfahren da werden wir keinen gewinn mit machen weiße stadt tram ne 13.000 hier können wir den ganzen bums ein bisschen anheitern jetzt haben wir 14 millionen das braucht jetzt 82 an baumaterial wo wollt ihr denn das hinhaben wo wollt ihr das denn hinhaben ach hier unten ja ist ja ein Traum wenn man da auch sehr gut dran kommt da kannst ja vollkommen knicken das wird doch viel zu teuer so lange muss er gar nicht sein er nimmt da falschen bereich ein er nimmt doch nicht alles ein wenn wir den jetzt ein bisschen schräg rein stellen wie sieht denn das dann aus guck mal ist doch schon viel hübscher ja nur zu sehen dass wir direkt auf der Brücke kommen um über den Teich hier zu gelangen das wird nicht ganz einfach werden glaube ich obwohl könnte funktionieren ja läuft ja läuft nein ähm wo würd ich jetzt hin ach hier guck mal den haben wir auch noch nirgends ne würd ich sagen dann nehmen wir uns nochmal gucken dass wir den hier irgendwie sinnig dran schieben einigermaßen sinnvoll und von hier oben kommen die steine das sollte eigentlich relativ gut gehen denn das muss das macht das z 2 Millionen ist natürlich schon hart, ne? Gehen wir auch noch Künstler hin, oder? Na guck mal, auf einmal waren es nur 500.000. Na komm, da bist du dran. 1,4 Millionen, warum? Weil du hier wieder in den Tunnel gehst, blödmann. So, dann haben wir auch das. War vielleicht doch dumm, ne? Warte mal. Ähm... Ja, das war nicht... War jetzt nicht ganz so schlau. Mit Anzug kriegen wir das hier nicht hin. Nicht bei der Kürze, da ist das Bahnhof. So... Machen wir nur mal auf 200 Meter, weil die anderen haben glaube ich nur 160. Machen wir zwei Gleise draus. Ja, wirst du? Das müsste ungefähr passen. Ja, ungefähr. Jetzt passt das schon besser. So, da sind wir da dran. Und dann gehen wir mit dir da dran an. Zack. Na, falsche Seite. So... Ähm... Ähm... Weil die paar Euros, die wir da auf dem Konto haben, die nicht reichen. Werden wahrscheinlich dann auch nicht mal mehr für 1 reichen. Geschweige denn für 2. Oh, oh. Oh, oh. Das dreicht aber hinne. Fahrzeug... Lokomotiven. Hat denn jemand Lust? Wir brauchen einmal Steinbaumaterial und dann brauchen wir Baumaterial nach... Wie heißt das Ding? Weißenstadt. Oh Gott. Zwei Züge sind zu verteilen. Wer mag, wer will nochmal, wer hat noch nicht. Oh, doch so viele. Die kostet schon 21 Millionen, da bleibt aber wenig über. 8 Millionen, mal gucken mal. 140K mal. 2200K, das müsste erstmal reichen. Du geh mal weg. Du kommst rein. Und... Dann brauchen wir irgendwas, was Stein mitnimmt. Zum Beispiel sowas hier. Machen wir es passend mit dem Blau. Und... Tuckdunkler. Ja. 85. Das müsste erstmal reichen. So. Neue Linie. Von hier nach dort. Weißen Stadt. Was hab ich gesagt? Stein. Baumatte. Reial. Zack. Und da muss noch irgendjemand den ganzen Kram wegtransportieren. So, wir hatten, welche hatten wir denn? Irgendwas für 8 Millionen, ne? 25, ja günstiger wird es nicht mehr, ne? Wo war's denn? Wo können wir auch mal was anderes nehmen, 14, 26, 16, 7 Millionen, 16, guck mal ein bisschen Farbe ins Spiel, mal ein bisschen was anderes hier auf der Karte, was wir noch nicht hatten. Mal was sagen, amerikanische. 16 Millionen ist natürlich schon wieder eine Ansage, ne? Was fährt die denn? 120 ist doch ein bisschen langsam, 120 hätte ich schon gerne. 160 bei 8 Millionen. Na komm, machen wir. So, und Baumaterial. Paaren 80 wollten sie haben, ne? Das heißt, 4 würden eigentlich reichen. Beziehungsweise machen wir 5. Nein, das war falsch. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir auch 100 Einheiten. 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht. So, neue Linie. Von hier und dort. Das wäre dann weißen Stein, Baumaterial. Zack. Und dann zusehen, dass das Geld ganz schnell wieder weg kommt. Das ist immer das Problem bei Geld. Das brennt dir nur Löcher in die Taschen. Ja, hast du schon was dabei? Du hast schon was dabei. Das ist doch schon mal ein Anfang. Da geht auch noch mehr. Dann. Ja. … Ich werde jetzt das Geld machen.